armes tierchen hoffentlich ist das stabiler als es aussieht nein nicht das ist nicht hilfreich du wertlose haufen blech kann nichts machen sorry ich habe es probiert wenn etwas empört das raum dachte ich bräuchte ein bad freches ding das sieht so cool aus ne hier mit den alter schwede mega wie soll sich jemand der kein haus elf ist hier zurechtfinden was war das und der goldne schnatz ja wo ist er hin vielleicht sollten sie ihren verstanden nutzen und es herausfinden mit dem schnatz wo ist er hin ok scheiße die gäste fast gehabt noch mal ein stück hierher schnitzel schnitzel akio Nein. Achio! Libiozo! Achio! Libiozo! Ja, ja. Ein Stück rankommen. Ein Stück. Schlaf gut, Sleeping Soul. Ja. 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 Okay. Der goldene Schnatz da drüben. 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 Meine Fresse! Dankeschön! Meine Güte! Und wie komme ich an den Schnatz? Weil der fliegt da hinten rum. Ich hoffe, diese Hauself kann uns hier finden. Oh Gott. Hallo. Ah, Deek. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deek kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig. Oder gar nicht. Deek sah wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen ein Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Äh, der Horst den Schreibtisch der Beschreibungen verspricht. Sozi-inomagische Eigenschaften aller nicht infizierten Ausrüstungsgegenstelle zu enthüllen, die du gesammelt hast. Hallo Eule. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Okay, ich spreche mit Professor Weasley. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Beschwörungszauber. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Habe ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Hm. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Äh, da. keine Zauberpflanzt. Eine Zauberpflanze. Ja. Ohhhh. Sieh doch. Hallo? Pflanztisch, hat sie noch gesagt, ne? Oh, der ist groß. Ich glaube, ich packe mir den erstmal hier hin. Und später kann ich den ja wieder bewegen, denke ich. Nutzen. Schreibtisch der Beschreibung. Okay, okay. Möbel. Alter Schwede, geht's zu viel. Dekoration der Season. Kürbislaternen. Dek wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Dek sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Dek hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich werde mich an Dek wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ist schon. So, was brauche ich für einen Drang? Was hat er gesagt? Er wird den Zauberschart zu kaufen bei Pippins. Das muss ich also bei Pippin kaufen dann später. Sieht doch mega gut aus. Wahnsinn. Was haben wir denn für Samen? Lassen wir mal die Diplom da anpflanzen. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Äh, beschwöre Wanddekorationen. Fünf beschwöre Bodendekorationen. Diek findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Diek hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Kann man ja später wieder wegmachen, ne? Ich kann nicht glauben, wie viele Tierwesen Sie haben. Ich habe noch gar nichts, Diek. Eieiei, erstmal ein bisschen was reintun und später kann man es ja eh wieder ändern Können wir uns denn Können wir uns selber dann auch da hinsetzen Ich muss es einfach tun Oh mein Gott, sind die groß So, Wanddekoration noch Ich möchte jetzt ungern die ganze Zeit irgendwelche Bilder aufhängen, die mir dann später eh nicht gefallen werden Dig, machen wir einfach mal schnell ein paar Spiegel Machen wir Die Katje noch nie so viele Pflanzen gesehen Ich bin mit dem Beschwören fertig Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern Fangen wir an Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt Boah Okay Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber Kannst du die Größe komplett ändern Okay Dann Diek, ich hab noch nichts gemacht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Moment, Moment, Frau Weasley. Was für ein Balkon? Das hier. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Nochmal dunkle Messias. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Oh, hervorragend. Ui. Mh, was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Der Raum ist in der Nähe des Raumes. Vielen Dank.